Das Brody! Way to go! Hallo Leute, ich bin's Bella! Einige von euch haben mich länger nicht mehr gesehen, das ist... Ja, das ist schade, aber ich bin wieder da und hab leider auch... Bei den letzten Podcasts war ich ja nicht dabei, nur kurz manchmal, aber naja... Keine Ahnung was es ist, ich weiß nur, dass es lustig sein soll und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch und deswegen fang ich jetzt auch gleich an. Warte mal, das lief nicht ganz so sauber, ich mach nochmal. Brutal wrap up. Uiuiui. Ah, wir sind wieder ein Ponyville. Was passiert jetzt? Oh, hi Rainbow! Schön, ich wieder zu sehen. Oh! Wie hat sie das denn? Wie macht sie das denn? Das kann doch normalerweise nur Pinky! Hä? Oh! Ah! Mhm, okay, ich verstehe. Sie will unbedingt diesen Apfel haben. Ohohohoho, ja genau, klar Rainbow! Ah, dann mach mal! Geh mir aufs Appeljack! Uuuupsi! Uuuupsi! Na, kriegst du's hin? Oh! Ohohoho! Ohohoho! Ohoho! Was? Applejack und Wynonna haben getauscht? Ähm. Okay. Äh, Rainbow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wow. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass Applejack so einen Speedrunner hat. So einen Speedrunner. Oh, ouch. Tja, Rainbow. Das war's. Ja, das war lustig, ja. Also ich sag's nochmal, ich wusste nicht, dass Applejack so ein Speed drauf hat. Also so Rennauto. Und auch nicht, dass sie mit Rynona getauscht hat und knurrt wie ein Hund. Klasse. Naja, also, war lustig, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und das war's auch schon wieder. Da sind so ein paar Links, wie ihr wisst. Und, ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder mit, da ist Brody. Ciao.